Sie besuchen dieses Video-Seminar, weil Sie wissen wollen, was muss eigentlich passieren, damit meine Mitarbeiter optimale Leistung bringen. Richtig? Ihnen ist klar, dass das Potenzial Ihres Teams längst nicht ausgeschöpft ist. Nur woran genau hängt es? Und wo können Sie Einfluss nehmen? In diesem ersten Kurs zu den Grundlagen der Motivation möchte ich Ihnen zeigen, dass die Gründe für mangelnde Leistung ganz unterschiedlich sind, dass man sie aber leicht kategorisieren kann. Ich möchte Ihnen helfen herauszufinden, welche Mitarbeiter Ihre Leistungsträger und welche die Bremser sind. Vor allem aber will ich Ihnen zeigen, wie Sie richtig mit Ihnen verfahren, um für Ihr Unternehmen, Ihre Abteilung oder Ihr Team das Beste herauszuholen. Herzlich willkommen!